Ein Ford Transit Connitz steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in diesem blauen 5 Thüringen Bindplatz. Der Venn bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Partikelfilter, Bluetooth, Regensensor, und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 95 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 4,9 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 18.440 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017